Ja, da bin ich wieder, Big Sink, zweite Ausgabe heute Nacht, die lange Big Sink-Nacht, heute Pumpernickel, ja, das Pumpernickel, kann ich mal kurz aufmachen, ist Schwarzbrot, Schwarzbrot wurde erfunden, um Weißbrot etwas anderes entgegenzusetzen, nicht immer Weißbrot, auch mal Schwarzbrot essen, und Schwarzbrot ist anders wie Weißbrot, und sagen wir mal, gut, ich habe es jetzt aufgemacht und muss ja auch bald essen, und so sieht es aus, das ist die letzte Schnitte, kriege ich kaum ab, das ist ja was, die kleben zusammen, und das ist das, das Heikle an Schwarzbrot, schnell geht auch mal eine Schnitte kaputt, wie dies hier, auch hier dieses Experiment gezeigt hat, aber ansonsten würde ich sagen, Schwarzbrot auf einem der leckersten Brote, oh, das war's wieder für heute, mach zu, bis gleich, bis zur nächsten Sendung.